Zombie-Füchse. Hoffentlich können wir die schon besiegen. Ja, die sind ja richtig. Die sind ja peinlich, sind die. Kiste. Du bist auch sonst mal so geil auf Kisten. Ja, hier, ich bin total geil auf Kisten. Land. Was? Wollen wir nochmal zurück zu Berti? Nein. Bist du auch sonst so schwach auf der Brust? Ach, das waren hier die Spiegel-Dark-Ninja-Füchse, oder? Wie hießen die nochmal? Dark-Mirror-Smi, komm raus. Ja, der hat sich davon versteckt die ganze Zeit. Was ich ja komisch finde, in seinem Spiegel kann man sich selber gar nicht widerspiegeln, ne? Das ist sehr merkwürdig. Hat der Omen-Glotzer gerade eine GLaDOS-Kamera gekotzt, oder? Irgendwas heilt da gerade? Wow! Hadesauge, geil. Also nicht das Hadesauge selber, weil ich mag keine Augen, ich esse auch keine Augen. Hast du schon mal Augen gegessen? Äh, nein. So ein Hühnerauge. Äh, Stefan. Okay. Ach, schöne Gesprächsthemen. Ja, wollen wir jetzt wieder über Popel reden, ja? Wieso wieder? Was möchtest du hier andeuten? Ich habe noch nie mit dir über Popeln geredet, das gezielt sich doch nicht als Thema. Nein, 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 natürlich nicht. Entschuldigung. Thematisch liegt mir das absolut fern. Oh! Wie, wie? Ah! Alter Schwede! Okay. Ich bin fast tot. Okay. Ähm. Ähm. Mach mal erstmal hier, hier, Elektra. Und du liest wieder ganz fleißig, bitte. Kusch-Kuscheltüger. Äh, hier KP, haben wir schon ein bisschen was abgezogen, 9150, luft die Trommel. So, ja, okay, weiter. 3840 Gold mit zum Ges... Was? Keine Schwäche, okay. Keine Schwäche. Ähm. Ich würde aber gerne gerade mal... Ich muss sowieso gleich mal eben kurz auf die Ische wechseln und dann hier, da hier die, die, die Froster. Ne, den Tropfen, na. Den Tropfen, den Tropfen. Ich konnte gerade, das war gerade voll strange irgendwie. Den Tropfen, nein, nein! Zurück. Was muss ich drücken? Zurück. Bei mir ist es, äh, Ypsilon. Die Taster, okay. Auf den Tropfen. Ja, den Tropfen. Kraftwasser, okay. Alle heilen, okay. Ja, das ging doch... Wow, das heilt ja schon ganz schön viel. Nur einen... Was hast du denn angegriffen? Den Nocturne? Ich hab 8 MP ausgegeben mit Nocturne. Ja, vielleicht ist er immun gegen sowas. Ich mein, das ist doch der Kuscheltiger. Das ist ein ganz lieber Gesell. Ja, es wurde ja auch nichts angegeben. Okay, gut. Dann, ähm... Mach mal wieder den Steinschlammschlag oder so. Der ist nämlich irgendwie gegen alles effektiv, oder nicht? Ja, gut, da oben brauchen wir Fernwaffen. Ich rüste mal jetzt eine Fernwaffe. Stimmt. Ich rüste auch eine Fernwaffe aus. Du bist doch schlau. Ne, das ist ja Quatsch. Wieso? Wir brauchen noch nicht beide eine Fernwaffe. Ja, aber der ist doch oben. Ja, mit einer Fernwaffe kannst du ja sowohl da angreifen als... Was? Alter! Hey? Der hat keine Schwäche, man zieht ihm kaum was ab. Hilfe, Hilfe! Er zieht das Fünffache ab. Wie sabbelt. Ich hab irgendwie das Gefühl, den können wir unmöglich besiegen. Aber er kotzt Feuer. Das heißt, ich denke mal, der ist gegen Frost da irgendwie allergisch. Nein, gar keine Magie, Stefan. Trotzdem, vielleicht wird das ja einfach nur nicht angezeigt. Es hilft keine Magie. Die zieht nie was ab, oder was? Pass auf. Dir zuliebe mach ich jetzt noch Froster und dann ist es aber vorbei. Mach Froster hier, äh... Genau, Frostwelle. So. Und das zieht jetzt 1000 ab. Warte mal. Siehs! Ha! Ja, bei 49. Ha! Das ist lächerlich. Und ich zieh bisher 0 ab. Oh, wow! Hier, schon erledigt stand er. Aua! Verdammt. Alter, der zieht so eklig viel ab. Verdammt, verdammt, verdammt. Und deswegen wär's zum Beispiel ganz schlau, wenn man den Heilzauber gut gelettet hat. Siehste? Und ich renne auch jedes Mal rein. Aber macht ja nix. Wird ja schon wieder voll geheilt. Hat sich ja... Alter, den kann man ja gar nicht besiegen. Ist ja unmöglich. Was ist das? So, macht aber nix. Ich, ich, äh... Hab ja hier so so ein Lebenswässerchen. Ja, davon haben wir ja noch ganz viel Zeit. Aber das geht erst, wenn sie tot sind, ne? Und da ist noch keiner tot. Ach, du bist ja gar nicht tot. Achso, ich dachte, du bist ja erst gestorben, weil du so traurig warst und nichts mehr gesagt hast. Aua. Oh, wieso zieht das nichts ab? Zum Glück hat der nur knapp 2000. Das beruhigt ja, ne? Obwohl man so wenig abzieht. Und wenn man mal trifft, dann hat man auch gleich ordentlich Damage gemacht. Naja, oder auch nicht. Wobei, aber auch von diesen 48er, von diesen 50er-Dingern musst du auch nur 20 hinkriegen. Das ist ja auch platt. Ja, soll ich jetzt 20 Mal den Kack zaubern, oder was? Ne, 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 wenn ich den angreife, meine ich. Das kriegen wir schon hin. Das überleben wir, wenn auch knapp. Na, egal. Wieso rüstest du jetzt was anderes aus? Weil... So wird Tobi immer getroffen. Wieso? Ich jetzt auflade. Was? Wieso auch noch gezappelt? Was soll denn das? Warst du das? Hast du einen Zapplerkürtel angewendet? Verdammt. Oh, wie am Aus weicht. Immer leichter aus. 100, siehst du, 149. Das war mein Lanzen schlag. Was? Hier, 117. Den aufgeladen. Ist schon tot, macht aber nix. Macht mir nix. Ich bin auch gleich schlecht. Oh, okay, das bringt also was mit dem Aufladen. Sag gut Bescheid, wenn du tot bist. Irgendwie ist aber Ische doch wichtig, ne? Warum? Wegen dem Heilen. Nee, das passt schon. Ich lad mal auf 5 auf. Ja, ich wollte auch aufladen, aber so blöd, wenn er dann... Ah, Hilfe! So megamäßig durch die King geht! Oh, okay, das war dumm. Hast du nicht getroffen? Nee, weil du hast ja angegriffen. Dann kann man auch nicht treffen. Geht ja immer nur ein Angriff gleichzeitig. Scheiße, Entschuldigung. Hey, wieso lädt der mal wieder neu auf? Was soll denn das? Hä? Greif einfach an. Der hat voll nicht geschlagen gerade. Was war das denn? Aua! So, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, hab ich gesehen. Ich war einfach nur mutig. So, nicht die falsche wiederbeleben. Nee, bitte nicht. Wow! Drecksack, ey. Achso, ich sollte mich vielleicht auch aktivieren. Oh, nein, doch, aua, ich bin aufgefressen! Das war mega schlau. Mann, ey, so, jetzt reicht mir der. Der ist wirklich eklig. Der ist wirklich richtig eklig. Mach mal Feuer. Feuer muss ihm auch wehtun. So eine richtig kette Kutgranate. Aber das ist ein Kuscheltiger. Der mag das nicht, wenn er verbrennt. Hier, was zieht er ab? Okay, nur Eis. Nur Froster hilft offenbar, habe ich das Gefühl. Leck war noch nicht ausprobiert. Ha, ich habe seine einzige Schwäche erkannt. Guck mal, du verschwendest munter MP. Herzlichen Glückwunsch. Du bist übrigens gleich wieder tot. Ja, das habe ich auch gesehen. Danke. Komm mal wieder runter, Tiger. Nee, fäh. Oh, der ist so schnell. Da kannst du gar nicht ausweichen. So, wenn du jetzt nochmal sowas machst und uns beide triffst, dann sind wir... Fast tot. Okay, ganz schnell. Scheiße, 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 scheiße. Steh auf! Ja, ich bin dabei. So, Moment. Du Kacke. Wir haben aber gleich kein Lebenswasser mehr. Ach so, ja, okay, dann nicht die Ische. Was hast du genommen hier? Was kriegt denn ein... Bonbon heilt kaum noch was, ne? Es gibt 100, glaube ich. Schokolade bringt mir. Ja, mach ich Schokolade. Äh, mach ich Bonbon. Wir bauen die Schokolade auch. Und dann mach ich lieber nochmal... Kaplan, Uro, na toll. Dann gezabbelst. Ja, ist schon wieder viel Energie verloren. Ich glaube, das war nicht so schlau, dass wir Ische nicht haben. Vielleicht brauchen wir die Ische doch, ne? Wegen den Heilzaubern. Nur wegen den Heilzaubern, meine ich. Säureblasen, ey. Ich glaube, es hackt. Ach, hast du schon gewechselt? Weil der Katze lieber eine Walnuss gebrauchen, ne? Für die Ische, weil... Da haben wir nämlich viel, viel mehr von. Oh, ey, das ist doch ätzend. Ist das doch, du dreckige... Steht in deinen Notizen auch, dass der so eklig ist? Oh, das war wieder schlau von mir. Da steht auf jeden Fall, dass keine Magie hilft. Ach so. Aua, verdammt. Das ist mein Lieblingsgegner. Den kann ich auch super kommentieren, weil ich da voll Bock drauf habe, den irgendwie zu besiegen. Das ist auch so ein mega dummer Gegner einfach. Weiß ich nicht. Weil, was soll das... Der soll doch, glaube ich, auch einfach nur nerven, ne? Ein Gegner ohne Schwächen, der einfach nur extrem viel Energie hat, gemessen daran, dass er eben keine Schwächen hat, ständig nach oben hüppelt, wo du dann theoretisch jedes Mal deine Waffe wechseln solltest. Dann zaubert er so eklige Säureblasen, denen du nicht ausweichen kannst. Das ist einfach nur richtig widerlich. Tabla, nur auf dich gerade, ne? Okay, dann... Ich bin gerade voll aufgeladen, das ist ein bisschen doof. Solltest du mal mit der Ische... Ja, ich bin gerade dabei. Ah, ich habe dir das falsche Menü aufgerufen. Ach so, macht ja gar nichts. Mach mal heil, genau. Ich bin in der Menüfindung noch nicht so gut. Wir spielen das Spiel ja auch noch nicht so lange. Da ist das ja durchaus zu entschuldigen. Ja, du spielst ja auch... Oh! Krass. Du spielst ja auch nicht wirklich oft die Ische. So, jetzt kommen wir mal wieder runter. Jetzt nerven mich hier auch noch die Fliegen. Ich werde nochmal angegriffen. Ich bin schon wieder tot. Jetzt, jetzt, jetzt. Sehr gut. Jawollo! Das ist cool. Wow! Oh, guck mal, voll den Kopf abgerissen. Deswegen hat er mich die ganze Zeit... Wow, das ist voll brutal irgendwie. Deswegen hat er mich... Was? 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 Was zum Teufel? Äh. Äh. Was soll das denn? Ich... Hä? Machen nochmal Elektra hier Rätselraten. Ich verstehe das gerade nicht. Das ist so... Was soll das denn? Wieso hast du kein... Ach, er hat doch fünf... Hä? Was ist denn das? Das ist ja voll strange. Ist das normal? Ist er jetzt zweitens oder was? Ne, er hat ja nur noch 500. Oh oh. Scheiße. So. Ähm. Ja, ich rede jetzt nicht viel. Ich konzentriere mich so ein bisschen. Ja, ich rede auch nicht besonders viel. Ich glaube, die Aufnahmen, wenn ich das hinkriege, mache ich die einfach im Zeitraffer. Dann machen wir eine halbe Stunde draus. Vor allem aus diesem ewig langen Flug. Das geht ja aber gar nicht klar. Ja, ich glaube auch, das solltest du ein bisschen freundlich... Verdammt! Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit zwei Aufnahmen. Oh 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 oh. Ich hatte noch einen. Heil die mal schnell, bitte. So. Gerade auf. In einem Moment geistiger Reaktionsfähigkeit. Scheiße, jetzt ist er wieder oben. Ja, aber vielleicht mache ich jetzt mal einfach auch mal eine Fernwaffe. Aber vorhin ganz gut. Also ich hatte auf 5 aufgeladen und habe 360 abgezogen. Also das war echt gut. Das bringt halt doch so ein bisschen was, ne? Ische, komm hoch! Scheiße. So viel dazu. Ha! Hab ihn getroffen! Oh, als Zappler kann ich nicht zaubern. Das ist ja auch mal eine gute Information. Wie, was? Zappler? Ja, ich bin gerade ein Zappler. Und als solcher kann ich nicht zaubern. Ja, das weiß man doch. Aber ich glaube fast, wir haben noch diesen Zappler-Gürtel. Boah, guck mal, das zieht voll gut ab. Wenn der hier einfach steht, dann einfach drauf zaubern. Komm her. Drauf drauf hitten. Drauf drauf schlagen. Die, die, ach Quatsch. So, hier, damit du... Ne, was war denn? Was brauchst du da? Wieso, was denn? Ja. Damit ich glücklich bin? Ja. Boah, wieder geht's nur gegen mich. Vielen Dank auch. Fick dich. Alter. So. Füße. Das ist ein bisschen Schlauer. Ja, so ganz leicht angesäuert. Na, er guckt jetzt nur eingebracht. Hä, wieso hat das jetzt nur eingebracht? Das verstehe ich nicht. Ja, klar, treff mich, ohne mich zu treffen. Ist ganz schlau. Jetzt kann ich ihn nicht schlagen, weil wir hier oben festgenagelt sind. Verdammte Kacke. Ja, aber er kommt ja, aber er kommt ja nach oben oder auch nicht, weil er ja voll schlau ist. Bleib da, bleib da, bleib da. Yes. Ja. Ohne eine Anzeige, wie viel du abgezogen hast, aber du hast ihn besieden offenbar diesmal wirklich, weil der Bildschirm wird weiß. Ich hätte gerne wussten, wie vieles abgezogen hat. Das bedeutet entweder, dass wir eine Nahtoderfahrung erleben oder dass wir diesen Kampf tatsächlich überstanden haben. Juhu. Pläniere für Letzteres. Und weiter geht's. Weiter geht's. Oh, das ist am Kiert. Den Bumerang-Orbe halten. Davon hat ein Ohr nicht mehr viele Letzte. Oh.